Hey Leute, ich bin's mal wieder, Hoffenheimder15 und heute zeige ich euch meine Matchdecks extra 13 und 14 Sammelmappe. Augsburg auch komplett, Berlin und Braunschweig auch komplett, Bremen komplett, Dortmund komplett, Frankfurt komplett, erste Freiburg komplett, Hamburg komplett, Hannover komplett, Hoffenheim komplett, Leverkusen, Mainz komplett, Gladbach komplett, Bayern München komplett, erste FC Nürnberg komplett, Schalke komplett, Stuttgart komplett, Wolfsburg auch komplett, dann die Kapitäne, hab ich auch alle, die Rookies hab ich auch alle, Milik, Rooks, Acemi, Groß und so weiter und so weiter. Jeremy Toljan, Emre Can, Loris Klaus, äh Karius, sorry, ja, das waren alle Rookies, jetzt kommen die Fans Favoriten. Mülders, Ronny, Kumbela, Pedersen, Reus, Trapp, Hanke, Van der Vaat, Zieler, Kevin Volland, Stefan Kiesling, Nikolai Müller, Max Kruse, Franck Rupery, Raphael Schäfer, Kellenprinz Boateng, Peter DiBizic, Ibi, äh, DiBiCaulic, jetzt kommen die Zweitliga-Fernsorin, Lechleiter, Silvestre, Matuschka, Gloss, Tifat, Sanogo, Benjamin Kirsten, Fabian Giefer, Kapelani, Vögelkru, Tamar Scheinal, Mohamedou Idrisou, Van der Biesen, Patrick Helmers, Benjamin Laud, Sacklix, dann Fabian Bull, Ranislav Jovanovic, so, jetzt kommen die Zwei. Jetzt kommen die Puzzle-Garten, logischerweise auch komplett, und Sascha Melders, limitiert Auflagen. Ja, ihr habt gesehen, dass die Matchwinner und Patrick Helden nicht vorhanden sind, die habe ich nämlich noch gar nicht. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und, wie gesagt, abonniert mich schön, und bis zum nächsten Mal. Und hier ist noch das Sammlermagazin, inklusive Spielfeld. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschau. ajein, 579-816-816-880-477-2